so einen schönen guten morgen meine damen und herren ich sitze hier wieder ganz einsam vor einem bildschirm hat gerade mal einer seine kamera an sie dürfen sich gerne auch beteiligen das gibt so ein bisschen mehr ein gefühl im hörsaal zu sitzen da wäre ich ihnen ganz dankbar dafür beim letzten mal hatte ich eine veranstaltung eigentlich nicht mit ihnen somit im drittsemester hat tatsächlich keiner die kamera angemacht und wenn mir das netz ausgefallen wäre dann hätte ich das gar nicht gemerkt so ich wollte mit ihnen heute eine ganz kurze übung machen das heißt wir werden uns jetzt nicht anderthalb stunden lang mit digitaltechnik beschäftigen sondern kurz mal nachklappt zu den übungsaufgaben die sie zu diesem termin heute erledigen sollten es ging um die einführung in das thema kombinatorische logik dem kapitel nummer drei eine einführung zu dem thema logikminimierung die sie hier mitgenommen haben sollten kurz noch mal zu den wesentlichen stichworten die sie haben mitnehmen sollen aus dieser veranstaltung ich habe ihn in abschnitt nummer drei das haben sie im youtube video gesehen erläutert was schaltnetze sind also kombinatorische schaltung wie sie schaltnetze aus gegebenen schaltfunktionen konstruieren können da haben wir gesehen dass solche schaltnetze und schaltfunktionen im grunde genommen nur unterschiedliche repräsentationen ein und desselben sachverhalts ist also ein schaltnetz ist nur eine grafische darstellung einer gegebenen symbolischen schaltfunktion dann haben sie kennengelernt die sogenannten kanonischen normalformen in der disjunktiven und in der konjunktiven form und das thema was uns jetzt gleich noch beschäftigen wird ist die sogenannte kanonische realisierung von schaltfunktionen also wir gehen jetzt nicht der frage nach wie können wir aus einer gegebenen funktion das dazugehörige schaltnetz konstruieren sondern wir wollen den synthetischen weg gehen und die frage beantworten wenn uns ein kunde eine solche wahrheitstabelle gibt also abhängig von gegebenen eingangssignalen und deren belegung festlegt wie denn das ausgangssignal y belegt werden soll für jede einzelne variablen belegung wie können wir dann daraus ein korrespondierendes schaltnetz und ebenso eine korrespondierende schaltfunktion erzeugen die genau diesen anforderungen entspricht das nennt sich dann logik synthese und wir werden logik synthetisieren mithilfe der kanonischen normalform darstellung ausgegebenen wahrheitstabellen dazu haben sie die begriffe min terme und max terme kennengelernt und aufbauend darauf werden wir feststellen dass das was wir mithilfe der kanonischen synthese realisieren können zu sehr sehr umfangreichen funktionen beziehungsweise schaltungstechnischen realisierung führt und wir uns deswegen darüber gedanken machen müssen wie wir diese umfangreichen terme und schaltung zu kleineren optimierten konstrukten bringen können die dieselben technischen ziele erreichen allerdings mit weniger gattertechnischem aufwand und das bringt uns dann zu den grundlagen der logikminimierung was wir uns dann im laufe dieser woche anschauen beziehungsweise sie sich anschauen werden aus den youtube videos den ich die hier noch nennen werde und all das was wir jetzt in dieser vorbereitung gemacht haben so zäh das auch immer sein mag das dient am ende der ableitung des sogenannten kano beach verfahrens kano verfahren haben wahrscheinlich ganz viele von ihnen die irgendwann mal schon mal von digital was gehört haben kennengelernt da handelt es sich darum dieses verfahren mit einem solchen vier mal vier kästchen system was uns helfen wird nachher logik funktionen auf grafischer art und weise zu minimieren ohne dass wir dazu die bulge algebra einsetzen müssten aber wie man dahin kommt das ist leider in relativ wenigen büchern überhaupt erklärt und genau das möchte ich ihnen ableiten weil sie als ingenieurinnen und ingenieure verstehen müssen wie man zu einem solchen verfahren kommt damit sie wissen wofür es einsetzbar ist und auch worin seine grenzen liegen wenn sie diese grenzen nicht kennen dann kann man schnell bei so ein verfahren überinterpretieren und für zwecke einsetzen wozu es nicht tauglich ist wenn sie jetzt einmal diese ableitung gesehen haben wissen sie auf welcher theoretischen grundlage dieses verfahren basiert wofür sie es einsetzen können wofür sie es nicht einsetzen können und dann können sie ab da beruhigt damit weiter rechnen wenn sie eben die möglichkeiten dieses tools beherrschen da wollen wir dann im lauf der nächsten veranstaltung hin so nochmals zu den wichtigen begriffen mit denen wir uns auseinander gesetzt haben wir haben den begriff minterm und maxterm kennengelernt den muss ich noch mal kurz hier heraussuchen was für ein minterm ein minterm ist eine sogenannte vollkonjunktion ein anderer name für eine vollkonjunktion das heißt also eine zusammenstellung aus variablen von einer funktion mit n eingangssignalen und diese zusammenstellung enthält genau die entsprechende anzahl von variablen mit der die funktion definiert ist also wenn wir eine n stellige schaltfunktion haben y als funktion von n variablen x1 bis xn in diesem fall hier n gleich 3 dann erhalten wir eine voll disjunktion oder eine vollkonjunktion genau dann wenn wir beliebig kombinationen von literalen aus genau diesen drei eingangs variablen beziehungsweise allgemein n eingangs variablen bilden so vollkonjunktionen sind und verknüpfung von genau drei variablen bei einer dreistelligen funktion oder eben n variablen bei einer n stelligen funktion und dann können sie jede beliebige kombination bilden von diesen eingangs variablen in bezug auf die negation oder nicht negation das heißt also die form des literals das hier sind zwei beispiele für vollkonjunktionen einer funktion von drei variablen und hier haben wir zwei beispiele für voll disjunktionen also oder verknüpfung von drei variablen ja und mithilfe von diesen vollkonjunktionen voll disjunktionen haben wir die sogenannten min und max-therme definiert das sind einfach andere namen für vollkonjunktionen disjunktionen und hierbei festgestellt dass diese min-therme und max-therme bestimmte eigenschaften haben nämlich das ist für vollkonjunktionen also min-therme jeweils nur genau eine zugehörige eingangsbelegung gibt für die der wahrheitswert dieses terms gleich 1 ist also hier im beispiel x1 x2 x3 quer wahrheitswert ist 1 für genau diese eine eingangsbelegung 1 1 0 und hier x1 x2 x3 wahrheitswert ist gleich 1 genau für diese belegung 0 1 0 und sonst keine und entsprechend es gilt für die voll disjunktionen also oder verknüpfung von drei literalen von unserer dreistelligen funktion und die heißen max-therme die sind genau dann 0 und nur dann für diese eine eingangsbelegung die sich aus diesen literalen ergibt also genau dann wenn x1 1 1 ist wenn x2 1 ist und x3 0 genau dann ergibt diese oder verknüpfung eine 0 und sonst immer 1 und dieses haben wir uns zunutze gemacht um die sogenannte kanonische synthese zu definieren oder kanonische realisierung von logikfunktionen wenn sie jetzt mal eine wahrheitstabelle hernehmen hier hatten wir das am beispiel dieser mehrheitsfunktion mit drei eingängen gemacht und schaut uns all die stellen an wo die funktion eine 1 hergibt dann nennen wir das genau die 1 menge der funktion dann können wir diese 1 menge zerlegen in teilfunktionen wobei jeder teilfunktion genau eine 1 der 1 menge zugeordnet ist jetzt wissen wir ein min term kann ja genau eine solche 1 liefern also können wir hier unsere gesamtfunktion bauen als überlagerung der zu den jeweiligen einzelnen einsen korrespondierenden min terme und das hat uns diese liste von min termen ergeben für diese funktion die schreiben war in einer oder funktion zusammen und siehe an da haben wir genau das was wir brauchen nämlich die von uns gewünschte symbolische funktion die die gesuchte wahrheitstabelle erfüllt und das wiederum das haben wir zum beginn kapitel gelernt können wir übersetzen in eine korrespondierende schaltplan darstellung die ja nichts anderes ist als eine grafische repräsentation dieser funktion so das nennt sich die kanonische synthese von schaltungen und das geht sowohl mit der disjunktiven form als auch mit der konjunktiven bei der konjunktiven war der einzelne einzige unterschied dort haben wir nicht geschaut auf die einsen sondern auf die nullmengen und da versuchen wir dann die nullmenge zu realisieren indem wir jede einzelne null interpretieren als ja ergebnis von der anwendung eines max-terms und diese ganzen max-terme dann mit unverknüpfung überlagern halten wir hier viermal diese nullen in unserer ausgangsfunktion und sonst nur einsen und so können wir dann mit hilfe der dazugehörigen vier max-terme und deren unverknüpfung die kanonische konjunktive normalform erzeugen die diese schaltfunktion liefert dieselbe schaltfunktion liefert wie gerade eben also die mehrheitsentscheiderfunktion die wir auch hier wieder in der grafischen darstellung repräsentieren können so das ist das ganze thema für heute und dazu hatte ich ihnen noch ein paar übungsaufgaben aufgegeben die ich mal kurz noch mit ihnen durchrechnen möchte zur demonstration das waren die übungen 3 1 und 3 2 und an denen möchte ich ihnen nochmal die wesentlichen sachverhalte zeigen um dies in diesem vorlesungsabschnitt geht bevor wir uns dann dem nächsten abschnitt zum thema logik minimierung widmen also wir schauen uns mal an die übung nummer 3 1 die bringe ich ihnen auch noch mal kurz auf den bildschirm die übung 3 1 hier ist sie dann bestand die aufgabe wie folgt schreiben sie die folgenden schaltfunktionen in disjunktiver normalform und in kanonischer disjunktiver normalform möchte ihnen also noch mal kurz den unterschied zeigen zwischen der disjunktiven und der kanonischen disjunktiven also das hier ist eine untermenge von dieser form hier und noch mal darauf eingehen wo die sich im einzelnen unterscheiden dazu machen wir die aufgabe 3 1 a die ich hiermit nochmal abschreibe übung 3 1 a dort haben wir die funktion y 1 ist gleich x 1 und x 2 oder x 3 quer klammer zu und zweiter term x 3 oder x 1 und x 4 quer und an dieser funktion können sie auf den ersten blick sehen dass das hier keine disjunktive normalform und auch schon gar keine kanonische normalform ist weil wir hier klammertherme haben die ganz offensichtlich plus operatoren enthalten für die disjunktive normalform müssten wir auf der obersten ebene plus operatoren haben und darunter gibt es nur noch eine weitere ebene die nur noch aus punkt operatoren bestehen darf so damit wir das zu einer sogenannten disjunktiven normalform überführen können müssen wir diese klammern jetzt auflösen das können wir mit hilfe des distributiv gesetzes machen werden also diese punkt operation auflösen und dazu x 1 punkt x 2 punkt x 3 hinschreiben per distributiv gesetz das ist unser erster term zweiter term ist 1 punkt x 2 punkt x 1 punkt x 4 quer da haben wir zweimal das x 1 drin das natürlich gemäß idempotenz gesetz dann wegfällt also es bleibt x 1 x 2 x 4 quer dann haben wir diesen term x 3 quer punkt x 3 und dann können wir gleich sagen der hier der fällt ja weg gemäß huntingtonischen axiomen beziehungsweise den daraus abgeleiteten gesetzen und der letzte term x 3 quer x 1 x 4 quer sortiert nach der reihenfolge der variable damit sich schöner lösen lesen lässt x 1 x 3 quer x 4 quer jetzt bereinige ich das noch mal dass es ohne diesen überflüssigen term dort steht x 1 x 2 x 3 oder x 1 x 2 x 4 quer oder x 1 x 3 quer x 4 quer jetzt sehen wir das erste wo ich hin möchte dieser ausdruck jetzt der ist ein ausdruck in disjunktiver normalform die disjunktive normalform zeichnet sich dadurch aus dass wir ausschließlich konjunktive fundamentaltherme vorliegen haben das heißt wir haben unverknüpfung von literalen unserer schaltfunktion also von x 1 x 2 x 3 x 4 aber ich habe nicht gefordert dass in jedem einzelnen term unbedingt sämtliche variablen vorkommen müssen wir sehen hier dass wir jeweils immer nur drei variablen haben obwohl wir eine vierstellige schaltfunktion von x 1 bis x 4 haben also ist das die disjunktive normalform aber noch nicht die kanonische disjunktive normalform wie stellen wir die jetzt her die kanonische disjunktive normalform hatte jetzt die eigenschaft dass wir die fehlenden literale der hier jeweils in den termen nicht vertretenen variablen mit hinzufügen müssen also zur kanonischen form fehlt in diesem term hier ein literal von x 4 hier fehlt ein literal von x 3 und hier fehlt ein literal von x 2 jetzt kann ich ja schlecht einfach hergehen und hier in x 4 oder x 4 quer einfach dazu schreiben das würde ja den wahrheitswert der funktion verfälschen das dürfen wir also nicht einfach so machen aber es hindert mich niemand einen beitrag zu dieser funktion hinzuzuschreiben der logisch redundant ist was heißt logische redundanz logische redundanz ist ein term den wir in der funktion sehen der aber keinen beitrag liefert zum ergebnis der berechnung dieser term zum beispiel ist ein logisch redundanter term x 3 quer x 3 fällt weg denn das gibt ja das neutrale element der der plus operation also das hier gibt n und dementsprechend fällt es aus dieser top level plus operation hier weg wir können den term dementsprechend streichen so das kann uns bringen auf eine ähnliche herangehensweise für die erweiterung solcher terme um redundante terme die aber die notwendigen literale mit hinein bringen und diesen tipp möchte ich ihnen geben wie funktioniert das wir haben hier offensichtlich einen mangel an einem literal der variablen x 4 in diesen term und jetzt möchte ich etwas hinzuschreiben zu diesem term was x 4 hineinbringt in die funktion aber redundant ist das heißt eliminiert werden könnte das heißt also keinen logischen beitrag zu unserer funktion liefert wie könnte das aussehen machen wir hier eine punkt verknüpfung mit einer klammer und in dieser klammer soll jetzt ein redundanter term von x 4 stehen und der könnte ja so aussehen x 4 oder x 4 quer sie erinnern sich variable oder komplement der variable das zusammengefasst das ergibt das 1 element e also das neutrale element der punkt operation das hier ist gleich e und in dieser punkt operation trägt es halt nichts bei ok was haben wir jetzt davon ja wenn wir diese beiden wenn wir diese terme jetzt aus multiplizieren dann haben wir offensichtlich auf einmal zwei terme in einer summe beziehungsweise oder operation in der x 4 enthalten ist super das machen wir jetzt auch mal mit den anderen termen hier dort fehlt ein literal von x 3 also schreiben wir einfach mal x 1 x 2 x 4 quer mal in klammern redundanter term x 3 plus x 3 quer hin und hier fehlt ein literal von x 2 also kommt noch dazu sie haben eine frage ganz genau also sie haben gefragt das ist jetzt die disjunktive form deswegen müssen wir hier beiträge in der form von e leisten und das bedeutet dass wir hier literale mit dem plus operator also dem oder operator beitragen müssen das ist also der neutrale das neutrale element der punkt operation die wir hinzuführen bei einer konjunktiven form wäre es genau umgekehrt dort müssten wir elemente in dieser form mit hinzufügen die also dann neutral gegenüber der plus operation sind jetzt bleiben wir erstmal bei den konjunktiven form damit wir die nicht alle durcheinander bringen hier ist aber völlig richtig was sie bemerkt haben so dann haben wir den letzten term hier dort fehlt der ein literal von x 2 dann schreiben wir x 1 x 3 quer x 4 quer und wieder ein punkt und jetzt kommt ein redundanter term von x 2 und der ist hier x 2 oder x 2 quer ich mache dieses hier mal in einer anderen farbe damit das nicht so aussieht als ob es zu dem term hier gehört so und jetzt können wir das einfach mal aus multiplizieren ja damit wir die kanonische disjunktive normalform herstellen können muss jetzt diese klammer ebene hier weg wir haben in der kanonischen form auf oberster ebene nur ein plus operator stehen und danach dürfen nur mintherma also voll konjunktionen stehen und das sieht dann so aus das ist jetzt nicht mehr so schwer erste klammer auflösen hier gibt uns x 1 x 2 x 3 x 4 plus diese drei variablen nochmal und x 4 quer also x 1 x 2 x 3 x 4 quer damit haben wir die erste klammer beschrieben das machen wir die zweite unten dazu plus kommt diese hier x 1 x 2 x 4 quer x 3 und das sortieren wir gleich so dass die indizes der variablen schön in der reihenfolge stehen also x 1 x 2 x 3 x 4 quer und dasselbe nochmal aber mit x 3 quer das heißt also x 1 x 2 x 3 quer x 4 quer damit haben wir den und die hier abgedeckt und ich rück das hier noch ein bisschen ein dann sieht wie es gemeint ist plus und jetzt kommt noch der letzte beitrag hinzu nämlich hier x 1 x 3 x 4 quer punkt x 2 gibt uns also in numerische reihenfolge abgebildet x 1 x 2 x 3 x 4 quer plus selbes nochmal mit x 2 quer x 1 x 2 quer x 3 quer x 4 quer und da haben wir jetzt insgesamt sechs terme 1 2 3 4 5 6 die hervorgegangen sind aus den dreien der disjunktiven normalform so bevor wir das ganze hier zur kanonischen disjunktiven normalform erklären was sie noch nicht ist müssen wir erstmal schauen dass wir nochmal wieder redundanzen eliminieren aus dieser situation die ganz offensichtlich sind die sich aus dem idempotenzgesetz ergeben schauen sie mal her was passiert ist als wir hier verschiedene terme miteinander multipliziert haben zum beispiel diesen hier mit diesen hat das hier ergeben und dann gucken wir mal an diesen hier mit diesen hat den dort ergeben oder sehen sie die beiden terme sind identisch sind aus und auf unterschiedlichen wege entstanden aber sie sind identisch und wenn ich zwei identische terme hintereinander schreibe in einer schaltfunktion und bedeutet das davon ist eine redundant gemäß idempotenzgesetz das heißt da werden wir einen einfach mal davon streichen und jetzt müssen wir weiter gucken ob es ähnlich gelagerte fälle gibt und dann schauen wir nochmal hier dort haben wir einen term mit x1 x2 x3 quer x4 quer der an dieser stelle auch nochmal auftaucht und auch die sind gemäß idempotenzgesetz zusammenfassbar das heißt nur einen von den beiden brauchen wir so dass am ende diese vier terme hier überbleiben überbleiben die wir jetzt nochmal einzeln hinschreiben das sind also x1 x2 x3 x4 oder x1 x2 x3 x4 quer und der letzte hier unten dort ist er plus x1 x2 quer x3 quer x4 quer so schauen sie sich jetzt diese funktion hier an die dort ja wo denn ja also dieser hier dieser hier ist identisch mit dem ja 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 also dieser ist identisch mit dem und dieser hier ist identisch mit dem ja also ich mache das öfters mal falsch das werden sie auch auf dem letzten video gesehen haben und auch auf dem kommenden video da gibt es einen fehler sozusagen sollte ihnen auffallen die werden dann auch irgendwann im lauf der vorlesung korrigiert aber gerade so im live betrieb kommt man irgendwann durcheinander mit den ganzen quers hier also achten sie genau drauf was ich da mache und wenn es irgendwann mal verkehrt ist sozusagen merken sie es an und merken sie dann was richtig gewesen wäre also irgendwann wird es korrigiert in den videos aber bis dahin seien sie nicht allzu verwirrt wenn es mal für ein zwei minuten durcheinander gehen sollte so das hier erfüllt nun die bedingungen an eine kanonische disjunktive normalform kanonische disjunktive normalform in klammern dnf so ich trage jetzt mit meiner notation hier naja die ist nicht ganz meine sondern sie ist durchaus üblich ein bisschen zur verwirrung bei warum nenne ich denn die kanonische disjunktive normalform dnf und die disjunktive normalform nicht dnf ja in viel literatur finden sie die konvention dass mit der dnf die kanonische form gemeint ist manche schreiben auch ein k da vor oder auf englischen c für canonical das kann man machen muss man nicht ist in jedem fall so wenn ich von ihnen irgendeine disjunktive normalform verlange und da steht nur dnf dann verstehen sie das bitte als die kanonische form in der regel insbesondere falls es sowas wie prüfungsaufgaben sein sollte da schreibe ich ihnen das aber auch ganz konkret hin da sehen sie dann den begriff kanonisch auch so dass sie es nicht verwechseln können was zeichnet diese form jetzt aus diese form zeichnet aus dass wir eine oder verknüpfung haben von min termen also alles das hier das sind min termen also vollkonjunktionen und diese vollkonjunktion von vollkonjunktionen die hatten eben die eigenschaft dass sie für genau eine belegung der vier variablen eine 1 liefern und sonst 0 und wenn sie jetzt mal eine übung machen wollen versuchen sie mal jetzt für diese funktion hier die zugehörige wahrheitstabelle aufzustellen das ist ganz leicht dieser term der liefert für die bewegung 0 0 0 0 0 dieser term hier liefert für die bewegar belegung blödsinn die bewegung 11 11 1 liefert der eine 1 der liefert wie die bewegung 1 1 1 0 eine 1 der für die bewegung 1 1 0 0 und den für die bewegungen 1 0 0 0 Das heißt, an den vier Stellen in der Wahrheitstabelle müssen Sie eine 1 reinschreiben und allen anderen eine 0. Und zack, haben Sie die Wahrheitstabelle erstellen können aus dieser Funktion. Das ist genau der Vorteil der kanonischen Normalform. Ihre Korrespondenz zur Wahrheitstabelle ist offensichtlich. Und umgekehrt ist damit auch klar, wenn jeder Min-Term eine 1 in der Wahrheitstabelle repräsentiert, dass wir dementsprechend aus der Wahrheitstabelle auch sofort die korrespondierende kanonische disjunktive Normalform hinschreiben können. Das machen wir gleich in der nächsten Übung. Nochmal zu den Eigenschaften der kanonischen Form. Wir haben eine Oder-Verknüpfung von Min-Termen, sonst aber keine weitere tiefer geschachtelte Hierarchie. Es dürfen also keine Klammern auftreten und keine tieferen Operatoren außer der Punktoperation innerhalb der Min-Termen. Der Unterschied zur disjunktiven Normalform, der nichtkanonischen hier oben ist, dass die einfache Normalform nicht zwangsweise aus Min-Termen bestehen muss. Das heißt, hier nicht gefordert ist, dass jede einzelne konjunktive Term alle Literale enthält. Das ist hier unten anders. Das waren die Punkte, auf die ich Sie nochmal hinweisen wollte. Machen Sie dazu bitte auch die betreffenden Übungen Nummer 3.1b und 3.1c. Die zugehörigen Musterlösungen stelle ich Ihnen auch noch zur Verfügung. Und jetzt möchte ich übergehen zu dem angekündigten gegenteiligen Schritt. Sie bekommen jetzt von mir eine Wahrheitstabelle in der Übung 3.2. Hier mal als Funktion von drei Variablen, x1 bis x3. Und wir wollen jetzt nicht den Schritt gehen, dass wir erklären, wie eine gegebene Schaltfunktion in eine Wahrheitstabelle überführt wird, sondern den Syntheseweg gehen, den wir als Ingenieurinnen und Ingenieure immer vor Augen haben müssen. Unser Kunde gibt uns diese Wahrheitstabelle und sagt, ich habe hier drei Signale und die müssen jetzt für diese Belegung 2, 3 und 4 hier genau am Ausgang Y eine 1 liefern. Und Sie, lieber Kunde, lieber Auftragnehmer, Sie bauen mir jetzt bitte genau eine Schaltung, die diese Wahrheitstabelle hier erfüllt, die Sie dann auch am Ende in Logic Circuit aufbauen können sollten und natürlich irgendwann auch mal in der Hardware mit Hilfe digitaler Gatter. Genau diesen Weg, den wollen wir jetzt gehen mit dem Punkt Nummer 3.2a. Also Übung 3.2a. Dort haben wir an den Stellen 2, 3 und 4 der Wahrheitstabelle, wir sind größer, also hier Index 2, Index 3, Index 4, dort haben wir Einsen stehen und wenn wir eine Überführung dieser Funktion in eine kanonische disjunktive Normalform vornehmen wollen, dann konzentrieren wir uns genau auf die Einsmenge, also diese drei Indizes 2, 3, 4 und schreiben jetzt für jede Eins den korrespondierenden Min-Term hin. Und für diesen Fall bedeutet das, unsere Funktion Y in kanonischer disjunktiver Normalform, das schreibe ich hier mal mit dem Index DNF, die ergibt sich jetzt aus den Min-Termen M2 in Oder-Verknüpfung mit dem Min-Term M3 und nochmal Oder-Verknüpfung mit dem Min-Term M4, also die drei Min-Terme, die zur Einsmenge gehören. Die lassen sich jetzt einfach hinschreiben. Was haben wir an Min-Term M2? M2 ist ja nichts anderes als diese Belegung hier, 0, 1, 0. Für die Belegung 0, 1, 0 muss der korrespondierende Min-Term eine Eins ergeben. Eine Eins aus einer Unverknüpfung bedeutet, dass alle Belegungen jeweils in eine Eins überführt werden müssen. Das heißt, wir haben einen Min-Term bestehend aus Literalen der Variablen x1, x2, x3 und die sollen genau für die Belegung 0, 1, 0 eine Eins ergeben. Das geht genau dann, wenn wir x1 für diese Belegung invertieren und x3 invertieren. Dann wird natürlich aus dem x1 mit der Belegung 0 wird eine Eins unverknüpft mit der Eins an x2 und unverknüpft mit der invertierten Null an x3. Dann haben wir hier 1, 1, 1 stehen, ergibt uns genau die gewünschte Eins für diese Belegung. Dann brauchen wir den Min-Term M3. Der muss jetzt für die Belegung 0, 1, 1 eine Eins ergeben. Also wieder ein konjunktiver Fundamentalterm, ein Min-Term, er muss alle Literale aller Variablen enthalten und die Eins liefern für die Belegung 0, 1, 1. Das heißt, x2 und x3 hier oben, die bleiben so wie sie sind und das x1 müssen wir invertieren, damit aus der Null für diese Belegung eine Eins wird. Last but not least der Min-Term M4, auch das wieder eine Vollkonjunktion der Variablen x1, x2, x3 und der muss hergeben die Belegung 1, 0, 0 und dafür diese Eins liefern und für 1, 0, 0 gilt, dass x1 in natürlicher Polarität bleiben kann und x2 und x3 müssen wir invertieren, um die Einsen zu liefern, die in der Unverknüpfung dann den Beitrag liefern, dass dieser gesamte Ausdruck hier 1 werden kann. So, und damit haben wir schon, was wir brauchten. Das hier, das ist die disjunktive Normalform, die kanonische disjunktive Normalform von dieser gesuchten Funktion. Also, nochmal aufgeschrieben, kanonische disjunktive Normalform in Klammern dnf. So, so einfach ist das und wie Sie daraus jetzt eine Schaltung bauen könnten, die genau diese Wahrheitstabelle wiedergibt, das sollte Ihnen inzwischen bekannt sein. Was brauchen wir hier dazu? Wir brauchen auf oberster Ebene einen Oder-Gatter mit drei Eingängen für diese drei Beiträge hier, für die drei Min-Terme und dann brauchen wir drei Und-Gatter mit jeweils drei Eingängen für die Variablen x1, x2, x3 bzw. deren negative Polaritäten, für die wir dann jeweils noch Inverter bzw. Literalgeneratoren bereitstellen müssen. So, so einfach ist das. Was wir uns dann im Folgenden anschauen werden? Das ist die Fragestellung der Logikminimierung. Wenn Sie sich mal diese Funktion angucken, dann werden Sie hier schon wieder feststellen, dass ganz offensichtlich hier Nachbarschaften bestehen. Das heißt, dass wir hier logische Redundanzen eliminieren können, wenn wir das mal ausklammern. Das ist jetzt nicht Teil der bestehenden Aufgabe 3, 2, sondern ich füge das hier einfach mal mit hinzu. Wie können wir denn hier diese Funktion schreiben? Gucken Sie mal hier. Hier haben wir ganz offensichtlich zwei Terme, aus denen wir x3 ausklammern können, beziehungsweise diesen Term x1 quer x2. Also das wäre ja x1 quer x2 mal in Klammern x3 quer plus x3. Jetzt kommt noch der zweite Term hinzu. x1, x2 quer, x3 quer. Und dann können wir gleich sehen, hier, das, was wir dort unten ausgeklammert haben, ist ja genau der redundante Teil, den wir vorhin zur Erstellung einer kanonischen Normalform hinzugefügt hatten, der kann jetzt eliminiert werden. Und wenn wir uns jetzt angucken, was überbleibt, dann haben wir hier die Funktion x1 quer x2 oder x1, x2 quer, x3 quer. Wir waren also offensichtlich in der Lage, mit Hilfe der Rechenregeln der Buhlischen Algebra, hier einen redundanten Term zu eliminieren. Und was wir hier am Ende herausbekommen, das dort, das nennt sich die sogenannte disjunktive disjunktive Minimalform. Das heißt, die Form, die entsteht, wenn wir aus der kanonischen disjunktiven Normalform sämtliche Redundanzen entfernen. Diese disjunktive Minimalform gibt natürlich dieselbe Wahrheitstabelle wieder, wie die komplizierte kanonische disjunktive Normalform. Aber offensichtlich zu viel geringeren Kosten. Wir brauchen hier viel weniger Gatter und kleinere Gatter, um dieselbe Wahrheitstabelle darzustellen. Und das ist das Ziel, was wir in den folgenden Vorlesungsabschnitten verfolgen werden, wie wir mithilfe von einem vereinfachten, grafisch orientierten Minimierungsverfahren, dem sogenannten Kano-Verfahren, aus der disjunktiven Normalform, der kanonischen Normalform, durch hingucken, diese disjunktive Minimalform ableiten können und somit zu vereinfachten Schaltungen kommen können, die sich mit weniger Kostenaufwand realisieren lassen als die kanonischen Formen. Das wird unser Ziel sein. Jetzt machen wir zum Vergleich an dieser Stelle nochmal die konjunktive Form. Hier hatten wir ja für die gegebene Aufgabenstellung zunächst einmal die Einsmenge betrachtet. Das heißt also hier diese drei Zeilen. Die disjunktive Form fokussiert sich auf die Einsmenge. Bei der konjunktiven Form schauen wir uns die Max-Therm-Realisierung der Nullmenge an. Das heißt, das sind im Endeffekt die Stellen, auf die wir gucken müssen. Also hier, dort und dort. Und das schreiben wir mal auf, in der Form Y-K-M-F. Y-K-M-F. Ja, Frage. Ja. Ja. Das machen wir gleich. Also ich erkläre es Ihnen Schritt für Schritt. Also Ihre Frage ist sozusagen, bei einem Max-Therm müssen wir nachher irgendwas invertieren. Sozusagen wir gucken uns jetzt Nullen an. Wie kann am Ende eine Eins entstehen? Ich mache das jetzt Schritt für Schritt. Ich hoffe, dass Sie es dadurch verstehen. So, bei der konjunktiven Form müssen wir jetzt auf die Nullmenge schauen. Und die Nullmenge, die ergibt sich jetzt, indem wir auf die Wahrheitstabelle schauen und uns in der Spalte Y alle die Einträge, die Indizes herausgreifen, für die Y gleich Null ist. Die konjunktive Minimalform, die kanonische konjunktive Minimalform, ergibt sich jetzt aus einer Und-Verknüpfung der zur Nullmenge korrespondierenden Max-Therme. Die schreiben wir mit einem großen M. Und da hätten wir hier also die Max-Therme Nummer 0. Das ist unsere erste Zeile hier. Dann haben wir den Max-Therm Nummer 1. Das ist die zweite Zeile hier. Und aufgepasst, jetzt in der Und-Verknüpfung, nicht in der Oder-Verknüpfung. Und dann haben wir hier die Max-Therme 5, 6 und 7. Also M5, M6 und M7, die wir noch hinzufügen müssen in Un-Verknüpfung. Und um Ihre Frage von gerade eben schon mal ansatzweise zu beantworten. Was wird denn jetzt passieren in einer Un-Verknüpfung? Eine solche Un-Verknüpfung, wann wird denn die eine 1 ergeben am Ausgang? Sie wird eine 1 ergeben, dann und nur dann, wenn alle Beiträge gleich 1 sind. Das heißt, jeder Max-Therm muss eine 1 liefern, damit die Un-Verknüpfung am Ausgang auch eine 1 liefert. Jetzt erinnern wir uns daran, dass die Max-Therme ja nur für eine einzige Eingangsbelegung eine 0 geliefert haben. Und für alle anderen Eingangsbelegungen eine 1. Ich bringe noch mal kurz die Folie auf den Bildschirm dazu. Ein kleiner Moment. Da ist sie. Also, Min-Therme und Max-Therme. Min-Therme, Max-Therme, Vollkonjunktion, Volldissunktion. Schauen Sie hier, ein Max-Therm besteht aus einer Oder-Verknüpfung von Literalen der beitragenden Variablen. Der ergibt an genau einer einzelnen Position eine 0 und für alle anderen eine 1. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass Sie zwei Max-Therme mit einer Un-Verknüpfung überlagern. Also, Max-Therm, das ist hier der Max-Therm Nummer 6. Das ist die Kodierung Nummer 6. Index steht leider nicht davor. Das ist Max-Therm Nummer 6 und verknüpft mit Max-Therm Nummer 0. Zu dieser Belegung hier. So, Max-Therm 6 und Max-Therm Nummer 0 ergibt eine 0 nur an diesen beiden Stellen. Sie müssen jetzt unverknüpfen diese beiden Einträge, das und das. Das heißt, nur hier gibt es eine 0 und nur hier gibt es eine 0 in der Un-Verknüpfung. An allen anderen Positionen sind die beiden Max-Therme gleich 1. Das heißt, Sie realisieren die Einsen in der Output-Funktion an den Stellen, an denen die Max-Therme alle ihre Einsen liefern. Oder genauer gesagt, nicht ihre Nullen. Und so machen wir das mit der kanonischen konjunktiven Minimalform von unserer gewünschten Funktion. Das war nochmal diese hier. Hier auf der linken Seite. Wir schauen uns jetzt mal an, wie sieht denn der Max-Therm M0 aus. Dazu werden wir hier oben nochmal anzeichnen. Das müssen wir jetzt bauen für den Index 0. Für die Variablenbelegung 0, 0, 0 muss jetzt eine 0 herauskommen. Dieser Max-Therm M0 hat deswegen folgende Eigenschaft. Wir brauchen eine Oder-Verknüpfung aller drei Variablen. Also x1 oder x2 oder x3. Und jetzt müssen wir entscheiden, welche Polaritäten die bekommen müssen. Was für Polaritäten brauchen wir, damit die Oder-Verknüpfung dieser drei Variablen für diese Belegung hier eine 0 ergibt? Das ist die Verknüpfung, die schon da steht. Nur dann, wenn sowohl x1 als auch x2 als auch x3 alle 0 sind, kommt hier eine 0 raus. Das heißt, das ist schon die richtige Polarität der drei Variablen, die dort stehen muss. Dann schauen wir uns an den M1. Auch der muss wieder eine Volldisjunktion sein. Ein Max-Therm der drei Variablen x1, x2 und x3. Das bezieht sich jetzt auf diese Belegung hier. Die Oder-Verknüpfung dieser drei Belegungen, hier war es 0, 0, 0, jetzt brauchen wir die Oder-Verknüpfung der drei Belegungen 0, 0, 1, muss eine 0 ergeben. Und das geht wieder nur, wenn alle Anteile hier oben gleich 0 sind. Das bedeutet, dass wir den x3 hier invertieren müssen. Aus der 1 hier oben, dort müssen wir eine 0 machen, damit das passt. Und damit haben wir den Max-Therm Nummer 1 definiert. Machen wir weiter mit dem M5. Auch der muss x1, x2 und x3 verknüpfen. Für die Belegungen, die steht hier unten, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Für diese Belegung muss diese Oder-Verknüpfung eine 0 ergeben. Geht nur dann, wenn wir x1 invertieren und x3 invertieren. Und dann machen wir noch den Max-Therm Nummer 6. Der 6er verknüpft auch wieder x1, x2, x3. Jetzt für die Belegung 1, 1, 0. Und dort müssen wir auch wieder die beiden Variablen mit der 1 invertieren, damit die eine 0 beitragen zur Oder-Verknüpfung. Und last but not least haben wir den M7. Der verknüpft x1 oder x2 oder x3. Mit geeigneten Polaritäten, sodass aus der Belegung 1, 1, 1, also der hier unten, eine 0 herauskommt in der Oder-Verknüpfung. Also bedeutet das Invertierung aller beteiligten Variablen. So, und da sehen wir das, was wir als kanonische konjunktive Minimalform bezeichnen. Nicht Minimalform, sondern kanonische konjunktive Minimalform. Normalform. Auch bezeichnet als KNF. Also auch hier wieder Konvention. Wenn ich nicht explizit hinschreibe, dass es sich um die kanonische Form handelt, ist aber die kanonische gemeint. Ich werde Ihnen in jedem Fall diese Bezeichnung in der Regel genauer spezifizieren, gerade bei Klausuraufgaben. So, das war eigentlich das, was ich mit Ihnen heute durchgehen wollte in der Übung. Seien Sie bitte so nett, rechnen Sie auch nochmal die Übung 3, 2, b auf der rechten Seite mit hinzu. Und wenn Sie sich besonders viel Spaß gönnen wollen, nehmen Sie mal irgendwelche Zufallswerte. Das heißt, wenn Sie hier in Ihrer Tabelle nach Zufallsprinzip irgendwelche Nullen und Einsen verteilen, dann sollten Sie für jede beliebige Belegung in der Lage sein, die disjunktiven und die konjunktiven Normalformen hinzuschreiben. Das Verfahren ist universell. Es ist nicht auf meine speziellen Übungskonfigurationen hier zugeschnitten. So, das waren die Themen, die ich mit heute Ihnen nochmal durchgehen wollte. Wir werden dann in den kommenden Vorlesungsabschnitten wie angekündigt das Thema Logikminimierung angehen. Da geht es also jetzt um die umgekehrte Frage, wie leiten wir aus den Wahrheitstabellen in dieser Form auf direktem Wege die Minimalformen ab? Das heißt, ich möchte mit Ihnen dann, wie schon angekündigt, nicht mehr diesen schwierigen Weg gehen müssen. Wie werden wir mit Hilfe von einer kanonischen Form und einer Bearbeitung der kanonischen Form mit der Buhlschen Algebra zu Minimalformen kommen? Sondern wie kommen wir aus der gegebenen Wahrheitstabelle durch Überführung in eine geeignete grafische Darstellung sofort zu einer Form, die uns das Ablesen einer geeigneten Minimalform unmittelbar erlaubt, ohne dass wir diesen ganzen mühsamen Umweg gehen müssen, der halt so fehlerträchtig ist wegen der ganzen Querbalken, auf die man immer aufpassen muss. So, das war eigentlich meine Übungsrunde für heute. Damit können wir es aus meiner Sicht bewenden lassen. Aber Sie haben natürlich die Möglichkeit, jetzt zum Thema noch Fragen zu stellen, wenn Sie möchten. Was kann ich Ihnen noch dienen? Also, denken Sie noch eine Minute nach. Wenn es keine weiteren Fragen dazu gibt, ist auch kein Problem. Dann machen wir heute ein bisschen früher Mittag. Genau, also die kanonischen Formen sind nicht geeignet für eine Hardware-Realisierung, einfach weil Sie den Hardware-Aufwand auf die Spitze treiben. Das sind die maximalen Gatter, die wir dort einsetzen müssten, um die gewünschte Wahrheitstabelle zu erzeugen. Aber sie sind ein notwendiger Zwischenschritt, um die kanonische Synthese zu erklären. Also, wie kommen wir überhaupt von der Wahrheitstabelle zu einer Funktion immerhin schon mal, die das realisiert, was wir brauchen. Und dann machen wir den nächsten Schritt in den kommenden Vorlesungen. Wie kriegen wir die jetzt klein, sodass sich eine ökonomische Realisierung ergibt? Aber diesen Weg über die kanonische Darstellung müssen wir erstmal gehen, um die Minimierung erklären zu können. Aber kanonische Formen realisieren wir natürlich nicht, weil sie halt alles andere als optimal sind. So, gibt es noch weitere Fragen? Also, Sie dürfen sich ruhig trauen. Ich kann Sie hören, ja? Ich kann Sie hören, ja? Also, Ihre Frage ist nach den Möglichkeiten, die Sie mit Leuten haben. Logic Circuit haben, um Logik herzustellen. Also, Logic Circuit ist tatsächlich nur ein Simulator. Das heißt, der macht nur genau das, was Sie ihm in Form von einer Gatternetzliste eingegeben haben. Wenn Sie den Wunsch haben, eine bestimmte Logikfunktion zu synthetisieren, das heißt, Sie geben eine Wahrheitstabelle vor und sagen, mach mir die Schaltung draus, ja, das macht Logic Circuit nicht für Sie. Das müssen Sie selber machen. Ich muss insofern ein kleines Sternchen dran setzen. Wenn Sie verstanden haben, wie ROM-Tabellen funktionieren, das heißt also, wie Sie mithilfe von einem ROM eine Wahrheitstabelle umsetzen können, ja, dann können Sie diese Wahrheitstabelle auch direkt eingeben als logische Funktion. Das können Sie sich mal ansehen im Abschnitt Nummer 6, spezielle Schaltnetze. Dort machen wir das zum Thema des Siebensegment-Decoders, den Sie auch im Praktikum bearbeiten sollen. Da verwenden wir genau so eine ROM-Tabelle, die Ihnen dann das Leben ein bisschen leichter macht, als auf der Gatte-Ebene zu arbeiten. Greift der Veranstaltung jetzt ein bisschen vor, wenn Sie das erklärt haben möchten, das machen wir dann am besten im direkten Kontakt. Da können Sie mich nochmal per Teams anrufen und dann zeige ich Ihnen das bei Bedarf. Das kommt jetzt aber erst peu a peu im zweiten Praktikumsversuch. Ja, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, machen wir heute gerne mal 40 Minuten früher Schluss. Dann können Sie etwas mehr in Ruhe zum Mittagessen gehen. Wenn Sie noch Fragen haben, wie gesagt, jederzeit rufen Sie mich über Teams an. Ich rufe Sie zurück für den Fall, dass ich mal nicht an den Apparat gehen konnte, weil ich gerade an anderer Stelle beschäftigt war. Ja, das kommt vor. Und dann kriegen Sie von mir für die kommende Woche jetzt wieder einen Lernauftrag. Das heißt, Sie schauen sich die entsprechenden YouTube-Videos an und rechnen die aufgetragenen Übungsaufgaben durch und können mich dazu dann in der Zwischenzeit auch fragen, wenn Sie möchten. Auch zum Praktikum, wenn Sie dort Fragen haben, wenden Sie sich an Johannes Kissling oder mich. Und bei dem Praktikumsversuch Nummer zwei, an dem Sie jetzt arbeiten sollten, werden Sie feststellen, dass Sie schon ein bisschen der Vorlesung vorausgreifen müssen. Also viele von den Schaltungen, die Sie dort realisieren müssen, haben Sie jetzt noch nicht in der Vorlesung. Aber Sie sollen das als Anlass nehmen, mal ein bisschen selber in den Unterlagen zu stöbern, auch mal die Literatur zu lesen und sich dann diese Themen so weit zu erarbeiten, dass Sie in der Lage sind, zumindest die Implementierung zu machen von diesen Schaltungen. Also anders gesagt, Sie müssen noch nicht komplett verstanden haben, wie so ein Flipflop funktioniert, wie es funktioniert. Aber Sie sollten in der Lage sein, aus den Vorlesungsunterlagen und der Literatur eins zusammenzubauen, was funktioniert. Und die Erklärung kommt dann noch. Ja, Frage war noch da gerade? Alles klar. Nein, nein, es sind noch, aber ich denke mal, Sie werden eine ganze Menge verstehen auf diesem Wege, aber die abschließenden Erklärungen, das machen wir gemeinsam. Und wenn Sie dem schon mal vorgreifen, vom Bauen her, dann wissen Sie ja, was Sie gebaut haben. Und dann fällt es mir auch ein bisschen leichter, Ihnen zu erklären, wie das dann funktioniert. Gut, meine Damen und Herren, dann machen Sie es gut für heute. Wie gesagt, ich würde Sie viel lieber im Hörsaal sehen, aber nun sind die Umstände wieder so, dass uns das auf längere Zeit nicht vergönnt sein wird. Trotzdem, bleiben Sie mutig, bleiben Sie am Ball. Wir sehen uns dann spätestens an dieser Stelle in der nächsten Woche. Bis dahin. Bis dahin.